ich rief mich an und ich ging ran und dann war ich ganz nah an mir dran ich rief mir zu hey du ich hör mir richtig zu ich machte mich ein bisschen an erotisch erotisch war meine stimme wie ich mir flüsternd zuhörte flüsterte ich mir was zu ich rief mich an und ich ging ran ich ruf mich an und ich gehe ran ich sage mir So, thanks for the team, thanks for the cream. Diese Anrufung, diese Anrufung, ah, diese Anrufung, oh man, da könnte ich alles andere vergessen. Oh, da gibt's auf einmal keine Probleme mehr, in dieser vollkommenden Anrufung höre ich nichts anderes, außer mich rufen, oh, ich fing schon an, ganz schwer und leidvoll und ängstlich zu werden, naja, dann rufe ich mich halt an und sag mir dann, Habe Angst, lass es schwer sein, schlimm, grausam und proportioniert, begrenzt und phänomenal, individuell verstrickt, ja, ich rufe mich an, ich geh ran und kann es nicht steuern, es steuert mich und ich bin unberechenbar, ich bin unberechenbar.